10 Stunden täglich übe ich aufschlag und mir tut schon alles weh und trotzdem werd ich nie ein Boris Becker. Wie ich mich stehe und was ich mach, wie ich mich drehe und wie ich schlag, ich glaub, ihr müsst euch an meine Wuchteln gwehen. Bis zu dir, da bin ich gekommen und nicht weiter, leider, leider, bin schon wieder Schneider. Wenn ich mit 6 zu 0 vom Tennisplatz wegwanke, dann sag ich Danke, danke, Latzko, dann sag ich Danke. Vorige Wochen, einen Sonntag, hab ich endlich gesehen, eine Chance, ein Blinder mit seinem Hund, der hat mich gefordert. Halt, wär's gelungen, viel hat nicht gweht, hätte der Hund nicht bei meiner Art voll im Bild. Dreimal dürfen's raten, wer hat gewohnt, bis zu dir, da bin ich gekommen und nicht weiter, leider, leider, bin schon wieder Schneider. Ja, 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 wenn ich mit 6 zu 0 vom Tennisplatz wegwanke, dann sag ich Danke, 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 Herr Wolf, dann sag ich Danke. Und da wieder geh ich zu meinem Trainer und ich frag, was mach ich falsch? Der Trottel sagt, sie haben ja alle Chancen. Wenn's noch ein bisschen investieren und noch ein bisschen mehr trainieren, werden's in 10 Jahren den Blinden auch noch schaffen. Bis zu dir, da bin ich gekommen und nicht weiter, leider, leider, bin schon wieder Schneider. Wenn ich mit 6 zu 0 vom Tennisplatz wegwanke, dann sag ich Danke, Danke, Herr Brunsch, dann sag ich Danke, dann sag ich Danke, Danke, Herr Watzko, danke vielmals.